Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay oder Video von uns. Heute spielen wir League of Legends und zwar mit Amumu gegen Heimerdinger. Und zwar nennt sich dieser Spiel-Mode Einer für Alle und der ist richtig geil und zweitens ist der glaube ich ab nächster Woche wieder weg und deswegen haben wir uns gedacht spielen wir den nochmal. Und der ist eigentlich ganz lustig aber gegen Heimerdinger weiß ich nicht wie das wird. Weil Heimerdinger kann man gut spielen, muss man aber nicht. Ja es kommt halt komplett drauf an wie der spielt, weil... Ja. Weil zum Beispiel ich, ich kann ihn gar nicht spielen. Ich schon. Ja du hast ihn dir auch... du hast ihn dir vor einer Woche oder ne vor einem Monat so gekauft. Ja aber ich kauf mir Champion und dann spiele ich sie nicht mehr. Ja das ist auch intelligent. Ich skill E. Was ist... ich hab den noch nie gespielt. Was... welches skillt man hier? Du... äh ich würde sagen skill E. Was ist E? Ja das... ach lies es dir durch alter. Ich kann das dir jetzt nicht erklären. Ach du gespielt ja gegen Heimerdinger. Lass einfach top rennen, Alter. Schnell, 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 komm. Ja, ich brauch noch bissl. Such mir uns Freunde. Nein, da will jemand top gehen. Ja bis crazy ist. Das passt perfekt. So, da ist er. Gut. Amumu. Hey, kannst du mir nicht kurz sagen was die Attacken machen? Ich bin zu faules durchzulesen. Also die erste, das ist so ne Bandage, die wirft Amumu so aus und stunter durch den Gegner ganz kurz. Die zweite, die würde ich immer nur aktivieren, wenn du wirklich reingehst. Das ist eigentlich, da weinst du sozusagen und da in so einem Umkreis machst du Schaden. Das läuft so lange, bis du keinen Mana mehr hast. Also ich würde das, du kannst es aber nach eins kommen und nach einer Sekunde so es wieder deaktivieren. Also du kannst es aktivieren, eine Sekunde warten und dann wieder deaktivieren. Also wenn er wieder tot ist, wenn der Gegner tot ist. Also ich würde das nicht eigentlich bei Vasallenfarmen so es nicht einsetzen. Die E, das ist einfach, ja klickst du drauf, macht Schaden. Also ja, an Vasallen und den Champions. Und den musst du eindeutig auf AP spielen. Ja genau das. Okay, gut. Und die R ist halt der riesen fetter Star. Ja ja, das kenne ich ja, das nervt mich ja schon an die. Warte mal, ich wort mal hier eben. Oh, ein Ton! Ich habe mir als erstes mal ein bisschen Magieresistenz geholt. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Das ist der Anlaufstiefel. Also ich habe dazu, deswegen zwar nur zwei Heiltränke, aber... Also ich da drin zu verstecken, nachdem wir ein Mord platziert haben, das ist schon ein bisschen blöd, oder? Und das haben sie im Endeffekt. Und das haben sie im Endeffekt. Ne, man muss den ziemlich schnell auf. Und geh, das ist ins Kind, da hast du wahrscheinlich schon recht. Oh nein, mein Paar! Dann gehst du auch weg, das war voll blöd von dir! Alter, ernsthaft, Mann, ich hasse diese scheiß Türme. Ich kotze mich gerade so im Wettelang. Aber ich finde den Tippen voll süß. Kleiner Amuni. Ich auch, total. Oh, scheiße. Pass auf, pass auf! Ich hab was gegen mich! Ja, jetzt kriegt er Hits vom Turm, Alter. Egal. Oh, der erste Helipot wird. Wir könnten mal auf den da gehen, kurz. Ja, das blöde ist, ich hab meinen Stun gerade schon wieder weg. Ich hab ihn, ich hab ihn, geh weg, geh weg, geh weg. Was, was, was? Ich hab ihm zweimal das draufgehauen. Blöderweise. Und das geht nur einmal. Hä? Ich sag dir doch, ich hab ihn. Was machst du denn? Ja, ich hab ihn dann davor schon gemacht. Oh, meh. Oh, meh. Oh, meh. Oh, meh. Wir könnten ihn nochmal sagen. Ja, ich hab meinen Stun. Perfekt, 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 Perfekt. Na gut, ich hab noch ein Ding bekommen. So ein Pünktchen. Es legt mich nicht so auf, wenn man so kämpft, 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 und dann kriegt man nicht mal nass ist. Sehr schön, dann haben wir ja auch. Wir klicken uns auf. Und weh würde ich noch nicht zu früh spielen. Jetzt hab ich doch was auf dem anderen ist. Es legt mich auf. Lass mir mal fahren. Ja, wir müssen, denke ich, Heimatdinger ziemlich früh attackieren. Ja, weil der poked uns mit diesem Scheiß-Turm zu Tode. Deswegen mach ich ihn ja auch so. Was machen denn? Okay. Weil ich könnte ihn stunnen. Das blöde. Ich bin so los. Ja, lieber nicht. Ich hab keine Mahner. Na, du hast aber noch ein Healy. Eigentlich Healy. Ja, eigentlich ist er nun ganz geil. Hier ist SS. Ich weiß nicht, dass wir zurückgegangen sind. Ich hab keinen Bock mehr auf uns. Der ist wahrscheinlich schon afkar. Also ich geh mal. Ey, ich geh schon. Ich geh schon. Dann hier. Ich geh schon. Ich geh schon. Dann hier. 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 es gibt erwarte ich ja ich komme ich will zurück ich zeigte sogar an dass ich komme nicht von dir könntest ihn ja anlocken ich will jetzt das risiko echt nicht eingehen ich schon dann hau rein ne warte auf mich damit erst wieder fehlt hier ich weiß nicht ich denke ich gehe zuerst mal hier auf das ding dann gehe ich ganz kurz so viele mitnehmen wie geht oder ich glaube ich denn ich habe fünf und zwei mann ab und kommen wir uns rein das geht gut wenn du bald wieder da bist der hier will irgendwie gekillt werden ja das dachte ich mir so fast aber da kommt erst dann nur aus dem hinterhalt kannst du schon ein bisschen an der blöde ist ich hab meinst dann auf dem wasser der vorgeheuern der ist tot der ist tot wie geil ich hab was ist das weil ich dachte das wäre irgendwie in richtung oder so alter ich gehe daran warum man nicht so dumm was auch etwas gegen mich ja noch denn ich will nur spielen wir könnten mal auf den da wirklich gehen ja das blöde ist ich hab kaum mana und kein leben aber hast doch kein leben ja jetzt kriegst du wieder den kill du sauf ja aber das war ich für den kaiser jungen echt also der ist weg gegangen hättest du den noch bekommen hätte ich ihn dir gelassen ja nein ich war gerade dabei das ding drauf zu hauen aber egal ja dann ist es okay ist okay nein nein ich werde jetzt nicht dich deswegen schlagen nein ich schlag dich deswegen waka oh oh ich hab Schüsse ja aber ich bin ja ich weiß halt was gegen mich wir könnten lang greifen ich hab ne ulti du hast die ulti ja oh geil wollen wir ja los ulti raus ach schlagen mana hilfe weg ich hab kein leben ist doch egal ich komme ich komme ich komme geh weg geh weg geh weg oh ich glaube ich bin so dumm oh der Typ ist wieder gekommen ich wollte ihn fast noch killen der da hinten hier der hier achso ich muss weiterlaufen ah der ist scheiße man ok das war richtig fail also ich seh noch so wie er das mord platziert egal aber der flash war dafür gar nicht so schlecht oh so scheiße vor allem meine ulti schön einsetzen dann geht dat nicht weil kein mana da so ein paar healpots ah du bist grad bisschen leise naja du bist back ja ich bin back äh yolo wieso steht hier eigentlich ein bord rum ein bord ich hab nicht gewordet alter was ist ernsthaft ich bräuchte mal ein wenig Unterstützung geben ja ich komme ach scheiße ich brauche gleich gleich alter was ist denn das ohne witzmann was was dift denn der what the fuck heimating army alter was los der ulti brauch dich drauf meine fresse ich traue mich das ist doch nicht mehr lustig so jetzt wird auch magieres denn so auf tanky tankiness gebaut tankiness das wieso sagen die eigentlich nicht SS mit css aber egal yolo einfach mal ulti drauf ja das war ja eigentlich ich hätte meinen den ersten stun hätte ich fast getroffen ja der ist tot nein 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 ja wir sind immer wieder entkommen der will mich jetzt der steht schon da so will aber nur dass ich reinlaufe und dann von dem anderen sterben aber ich glaube jetzt sind wir zu zweit jetzt will ich nicht mehr so dass wir reinlaufen lass mir den körper geben was du bist heute ist sauer ich hab ich ich hab wie habe ich den blöken bekommen ja du klaus ja wenn sie jetzt bis zum turm kommen dann habe ich sie dann bin ich da bin ich knallhart und jetzt geben wir auch mal ein paar küsse ja ich war schon drei ich will ja gerne nö du willst keine küsse ich kann die sollen uns mal diven warum hab ich so stammt ja vorne haben sie es erfolgreich getan ja aber gegen dich ja wie scheiße sind die eigentliche wir haben nichts ah da kommen die oder kommen sie da kommen sie da kommen sie aber mal schauen boah mein farm ist so im arsch wir könnten sie nicht boah immer auf den was allen ja wenn du auch mal so einen schiebst du bist auch mal so einen drauf ach ja bla bla auf den los 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 ich muss weg ich muss weg ich muss weg weg da ich muss heute wieder weg ich sollte dieses ding endlich aufhören ich habe so lange geheult dass ich keinen mana mehr habe ja ich habe auch keinen mana egal dann gehen wir eben wieder ich glaube ich sollte mal die wie heißen diese komische rüstung oh gott die da ich weine mich mal hier bissl aus hau rein aber ehrlich du musst du musst zum turm gehen ja ja keine angst aber das kann man die ganze zeit machen naja 0,85 abklingt halt sehr schön sehr schön ja im Moment läuft es gar nicht so schlecht nur das da zum Beispiel läuft nicht gut wieso stehe ich hier nur rum was würde sie jetzt glaube ich nicht ich gehe mal ach Mist jetzt wollte ich gerade mitgehen da kommt der Haimi der italien italien forever ah den kann ich angreifen nimm ihn okay ich bin extrem ich wollte schon wieder drauf springen aber oh wie sozial ja ich weiß ich bin wirst du wirst du die drei kills ja ich dachte du hättest noch keinen ich wollte mal da falls uns einer nicht nicht so nah hingehen nicht so nah ah nee der will irgendwie zurückgehen der war weg jetzt lass mir halt noch ein rassist du schützt ja lass weiter runter gehen spiel doch nicht mehr die 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 Mumienarmee ich kann auch drum ich bin nicht Mainstream ja ich glaube das Problem ist halt also eine Artcast das ist ganz wie scheiße pass auf, pass auf dass sie dich nicht sehen ok ok let's go, let's go den wollte ich aber jetzt weil ich blüten die verdient ah kinder ich sollte nicht die ganze Zeit weinen ah shit ich muss hier weg hier wir müssen oben unseren Turm beschützen ich komm gleich ja ja mach den farm hier weg und ich kriech den immer mit dem kann man irgendwie nicht so gut fahren schirrt das brauchen wir und nein das können wir auch nicht mehr leisten können das die Schuhe ok das ist die Masse spiel doch mit und los geht's weinen oh shit das überlebt unser Turm nicht nein ok egal markieren das ist zwar es war mehr oder weniger nicht egal ich muss weiterlaufen sag mir halt wenn ich nicht mehr lauf ich hab das echt nicht gesehen ach man sowas musst du sehen schön und tot nein ich hab kein Ulti ja da wollte ich auch mal hast du gut gemacht aber ich bin hier nur in Farm eigentlich an die ich geh mal aus außen und von hinten ein so also geh nicht so schnell drauf wohin gehen wir erst wenn ich sag lass es was mach ich mach nicht irgendwie es hat so glatt gebackt und du bist da oh ok der hat mich gesehen irgendwie so wegen dem Turm wie ist das wie ist das Woot auch wacht wo das dann eine nein da in wir kommen nein da in wir nicht leben nicht die der milk rot auf die sachen und und stattdessen wollen Kanzler worden hier wie es so gut hier St gott aber irgendwie jetzt hat er Angst ah ne da ich könnte ihn er hat nicht wirklich Angst aber er jetzt bringt es nicht so zu deinem Leben jetzt hat er zu viel Leben hat er irgendwie Lebensraub dabei oder so? ne er hat Healports das ist fast das gleiche ich geh mal kurz Mitte du kannst mal kurz Top halten der will sich jetzt mit mir anlegen oh wir haben wieder einen Mitspieler mir ja das blöde ist er ist Level 1 Achtung hier könnte einer kommen shit dollar der hatte zwar doppelt so viel Leben wie ich ja danke laber ruhig weiter mach mal lieber hier den Tod dollar Mann ich hab einfach nicht genügend Mana das regt mich so richtig auf oh das war so unnötig alter ja jetzt bringst du auch nicht mehr suchen ja wo soll ich denn wissen dass du da rum scheißerst okay los bei dir kaputt machen mach den 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 sehr schön muss ich sorgen spiel doch mit mir ja lässt du mir oben den Farm bitte okay wäre super von dir weil ich bin im Farm sogar gar nicht so schlecht aber ich brauche viel ich hab einen mehr als du ja deswegen brauche ich jetzt die ganze Masse da das verstehst du doch sicherlich ja klar sehr gerechtfertigt ja ach scheiß drauf wie es nutzt sich halt das so jetzt hab ich mir Blu geholt weil ich die ganze Zeit an meinem Mana schalter ja scheitere ich leider auch aber kann man jetzt nichts machen oh 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 wenn du jetzt nicht da Junge also okay was auch da kommt der Gegner wurde getötet alter Junge ja klar nein 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 alter ich hab nicht mehr an diesen fetten Tower gedacht ah schade wie er die Feuerraketen in die falsche Richtung schießt auch geil und lass dich und den feier ich halt ja ja junge scheiße ja oh mein Gott die brauchen so viel Hilfe die brauchen Bot Hilfe ach scheiße ja da geht egal ich hole mir den Farm ich bin hier ja der Gefiedetste ja Hilfe kann ich vielleicht ein bisschen top pushen aber ich brauche noch etwas irgendwie keine Items sondern nur zusammenhangslose ja wir müssen eigentlich mal einen Tower pushen aber ja keine Ahnung ich hab ja immer die Mana und deswegen will ich lieber zurückgehen derzeit wo wohin gehen wir ich komm mal bot ich bin unterwegs äh Kinder hilf ihm oh alter Falter healpott 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 okay geht zu aber der war irgendwie ganz gut ja dann hol ich ihn das ist an oben der hatte sieben kills der hatte mehr kills als ich ich dachte mir schon warum der ist so schwer downzukriegen so süßige Reiche die da machen ich geh wieder mal hoch ich weiß nicht soll ich jetzt Ulti nutzen was macht er alter Junge er used Ulti ich used Ulti er kommt vor allem er used die Ulti erst als er wieder tot war er wollte er wollte es richtig schön mit den Kill klauen aber mein Gott Andreas kommst du dann hoch weil dann pushen wir mal den Tower down das kann ja nicht sein ich push hier kurz mit lane das sind doch nicht unseren Tower an Mist der Heimatdinger ist weg da wollte ich ihn nicht quillen lassen oh man ich hab ja auch Mana probiert aber ich pass auch zu gerne dieses Heulen ein das ist auch nicht ja ich vergesse es immer auszuschalten und heute noch färmten zurücklaufen nein kein Mana ich weiß nicht dass wir mit knappen partieren wo steht der wo steht der ich will ich will den Stun ach schade mal random wurf da dann pass auf Leute da kommen sie da kommt einer auf jeden Fall aber äh da jetzt kommt zwei genau zwei und dann da kommt ein Anni ja ich bin doch nicht oben nein das ist mein Gier ist sonst das ist vielleicht gar nicht so schlecht dann kaufe ich mir jetzt noch mal schnellere Schuhe das ist vielleicht gar nicht so eine Dinge geht los das ist irgendwie nein gut von Ulti ja ich hab den Ulti schon ah man jetzt kriegst ah er hat Flash Fail so ein Lappen aber der kriegt nicht komm 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 lass doch nicht diese scheiß holen an du Lappen na wenigstens hat er es gekriegt ah man haben sie gemacht alle jetzt habe ich jetzt habe ich die ganze Zeit darauf geachtet jetzt habe ich gar nicht mehr geschaut wir brauchen hier unten vielleicht Hilfe ich bin doch mein erster Tod oh Leute ich muss schauen die eigentlich nie auf ihre Bot legen ah ne nicht das sein das da ach ja scheiße bist du schnell ah ja so gut hallo kann er mal laufen ich lauf schon ich lauf schon ich meinte mich das ist klar ja klar also wie viel da stehen zwei drin ja mit lass sie einfach raus bashen komm aber gut ich muss sie losen du aber gut aber gut dass wir die beide geschafft haben weil dieses mittigsten ganze Turm war eigentlich ziemlich schlau von denen okay jetzt müssen wir aber hoch dann ja also wenn du wieder leben hast komm hoch ich bin bald dabei dumm ja du bist es sei ein bisschen vorsichtiger hier kommt einer der will hier mit fighten ey ein Gegner wurde getötet ach ich habe keinen Entzünden ey das hätte ich den Spacken bekommen wir müssen mal auf beiden Seiten warden also wir müssen hier unbedingt mal den Tower down kriegen das geht ja nicht ACHTUNG so das war ein Drei mal oh ich soll offen sein ich bin so ne Heuls aussehen vorbei hätten die nicht so viele Türme gepusht wäre das viel Alter was machen die da die machen da Türme nicht die brau bleibt hier bleibt hier wir brauchen hier Hilfe ja ein paar müssen helfen ja wir müssen endlich den also ja aber wir müssen endlich einen Tower down kriegen das kann ja nicht so jemand wir haben doch keinen Tower Alter aber wir fliegen von Kills oh oh nicht so rein gehen nicht so rein gehen nicht so rein gehen ja ja ach der Scheiß ja wir müssen eigentlich Hilfe verteidigen bis ja ok wir könnten auch wie schlägt sind denn da wenn der zu nah kommt es da nicht hin ist dann ja boah weg da das Volk oh man oh der hat jetzt Ulti erst mal hier zurück ich will dass er eine Sache used dann kann ich bestimmt so sieht nämlich Ulti aus wie lange hatte die jetzt bisher die erste Einsätze und dann bissl was ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ganz genau ziemlich peinlich dass es nie weiß obwohl ich den hab aber naja ok jetzt gibt's gleich Teamfight ich würde irgendjemanden Fokus wenn du hier Healport dabei hast dann nimmst sie mal ach wir haben unten ein irgendjemand hat unten einen Tom zerstört wollen wir mal angreifen ja lass mal angreifen die das das wie geil wie geil wie geil das kann man schon wieder wie geil wie geil das war einfach geil ach Amu, taugten wir schon gerade der hat sich gegen die Wand geflasht pass auf hinter euch dann hinter euch ah shit, ich hab keinen Mana Briss! ach so der Big Tower Kinders! Kinders? du bist doch bist du verreckt? nöööö aber du hast wenigstens den Klee bekommen ich zog schon mal etwas ah dieser scheiß Midtower ah die sind schon wieder zu zweit und ich hab keinen Mana so hab ich echt nie Mana das ist so ne Amumu Krankheit ja das ist wie Gold auch die ganze Zeit ne das ist der einsame der ist so einsam deswegen muss der weinen oh eine Dose mit laut ich geh auf Rabadons hab ich gerade beschlossen ich hab schon Rabadons ok ja ich hab dafür hast du noch keine ne du hast mehr Kills du hast viel mehr Kills ich hab 11 ja 3 hier viel besser meist die Kills im Game wo ich den noch nie gespielt habe ja Skills alles mit Glück alles Glück oh der hat eine gute Idee ja schon fair ich könnte mir danach mal du das das sieht so aus als ich bin also am Anfang mit dem inaktiven sah es nicht so prickelnd aus ja bis jetzt nur schaffen es zu bündeln und gegen ja die du die Stanz die ziehen ordentlich rein aber schon was sie dafür ja ich komm ich komm da gleich aber ich hole mir erstmal Blut was du hast die Blut jetzt kommt nicht her und um es mir weg zu nehmen nein nein die Klasse nicht so spacklos was du hast die jetzt von du du arzt der ist das geil ich kitzelst du das nur Alter wir brauchen mal Hilfe ich kitzelst du das nur für ein fuck man doch hab die jetzt aber dafür used mir doch gerne Ulti mir ist Ulti gefailed ich hab Mana broken immer an die gleich auf den aber ich heule ja auch die ganz gut aber ich bin dumm äh ja Jolo Alami geil ich werde diese Turmerwege wenn sie vom Gegner ist dann darf ich sie hey Andi wir gehen mal hoch zum Top Tower ok ja ok lass mal aufrufen weil dies dann sage ich dagegen sie sollen vorsichtig sein würde ich sagen oder ja wenn wir nicht da sind sollen sie schon aufpassen keine Beschützung lass sie mir mal ein Heelport reinziehen ich könnte auch mal die Gegner schon du holen weißt du wo Top ist Andi ohhhh ich bin jetzt irgendeinem Amu hinterher gelaufen aber das vielleicht auch ganz gut ist die einer für alle krankheit das ist aber wirklich so man Junge ich bin dem gesamten hinterher gelaufen aber hörst du auch nicht zu ich hab Top Tower gesagt Top Tower auf der Bot lenke das war jetzt nicht ganz gut von mir aber ich hätte ihm für helfen wollen aber ich war mir nicht sicher ok ich hab den Top Tower jetzt selber ja ok jetzt kommen wir wieder Mitte bitte dafür haben wir jetzt 2 Tauer oh das kann gut werden aber diese Turm haben wir nicht gewissen ich geh erstmal back dann kommt dann von hinten oh ok oh yeah so eine Sauber ok ich würde sagen wir stürmen das Turmparadies das sind nämlich ein paar AFK-Türmer ich müssen wir reinrennen hey wartet auf mich also mit der Party wartet auf mich ja wahrscheinlich versagen hätte es voll aber wahrscheinlich oh oh da ist die Ulti ich muss mal reinrennen und die Ulti zünden wenn ich mir so überlege wenn wir die Ulti zünden das dürfte das andere als ein Marsch sind hör auf zu weinen hör auf zu weinen der will mich provozieren dass ich rein springe und das mache ich dann auch und dann ist ja Schluss mit lustig also wenn sich einer zu weit weg traut dann gehe ich drauf wenn der eine jetzt zurück geht dann gehen wir rein oder oder so hey wie hast du mir den geklaut ich wollte auch stunn und mein stunn macht kein Spielschaden wir könnten dann ab ja hab ich den jetzt geklaut nein das war meiner oh ich kann ich schaffs nicht mal wirklich gut zu klauen das ist nicht gut das muss man lernen oh ja die Runde wird gar nicht so schlecht sein ich hab noch ulti überlegt wir könnten auch noch was gescheites machen wir könnten mal auf dem top tower bissl ja lass mal ein bisschen also gleich zu Ende pushen ist langweilig oh komm mal hier nein ich verpasse es dann ja perfekt ja perfekt das ist eigentlich so dreist wenn sie laufend rein jetzt hast du mehr als ich ich hätte doch vorhin schon zwölf es tut mir ja leid jetzt lass endlich einen top tower pushen ah 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 da kommt jemand so von der backdoor so von der backdoor ja yes ich wollte die schon wieder klauen nein ich hab einen stun eigentlich der stun ist richtiger ja das ist das beste an der mumu wollen wir jetzt noch top pushen oder dann kamen so viel dazwischen dann pushen wir top wenn du willst die 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 man ist zu viel schneller als ich weil ich mir schon eine gute Schuld du hast die Eifel gekauft natürlich weil mit der Mumu und dem Schnee ist es gut ich könnte wir könnten an die wir wollten nicht nur pushen sondern die nach oben ah wir wollten den zerstören sagst du sagst du äh zu den Farm gehen jetzt drei Leute hier hoch das schwör schon der Waste hier Farm ist wichtig, Farm ist echt wichtig weil die sind glaube ich alle gerade unten das ist gut da machen wir den top tower oder ja fast alle unten mein Gott, geh dir weg wollen wir den einfach bleiben äh jetzt würde ich mich langsam verpissen oh ho, Wendy, du critically ich seriously ich habe keinen Mana legendary sonst hätte ich dem jetzt die Ulti reingedrückt aber egal dann ist das ein wahres Zeichen sagen wir mal wenn der es schafft kann ich den gerne kaputt machen oh du ich habe gut Geld so ich jetzt nicht mehr das gefällt mir gleich mal Höllenzepter gekauft läuft ah ja das habe ich auch und jetzt gehe ich auf Sunfire Cape weil das gar nicht so schlecht ist oder ja ich gehe erstmal hier in der Mitte ein bisschen aufräumen und ein bisschen pushen damit es auch gut läuft ja du hast dir die Rüstung gekauft ich weiß nicht ich glaube ich ja weißt du da kriegst habe ich jetzt schon 180 Magieresistenz das ist gar nicht so schlecht das ist gar nicht so schlecht und ja wir könnten uns eigentlich mal die ganzen Blues holen aber ich bin nicht zu voll so viel Blues gleich ja ich gebe dir zwei Chris der ist kein Blues wir haben kein Blues ja der hat sich den gerade hier gesnackt der mit mir hier auf der Mitte gehen Jom 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 wollen wir noch einen Anlauf machen auf Bord oder oh komm wir ach ne ich sollte das dann aufpassen oh ne ich möchte mal kurz komm der haut jetzt ab ach man lass die mir üblich na nö ach für den Wastes ich weiß nie ob sich die Ulti da jetzt lohnt oder nicht ich weiß nicht ich tue sie da ich tue sie dann lieber nutzen als dann wirklich ja ok oh Gott das ist unglaublich wieso weiß der nicht immer geil steigen was war das oh 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 erst mal den Tower Down hier machen was hier der ist zurückgegangen und hat trotzdem einen Käse bekommen weh weh wein aus wein aus wein aus ich glaube wir haben uns noch gesnackt holen wir uns Red falls es Red gibt was bringt dir Red dann oh 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 ja wolltest du ihn klauen? zu spät viel zu spät oh je ich wusste es ich seh schon an die Ulti einsetzt nur damit ich Red bekommen so siehts aus ich könnte den mal hier snacken ich weine dem nur hinterher weil er seinen Manafall oh Gott da hinten braucht er Hilfe hinten braucht er Hilfe ich komme aber irgendwie haut er ab dafür dass BAM KS KS BAM KS oh yeah wenn sich nochmal an die Wall kommt dann hol ich den ich geh mal ganz kurz back und hol mir dieses ah erst mal Leben oh 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 der ist gleich nachgesprungen hier mal schauen was da vorne drauf geht oh 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 da stürzt einer ja hier brauchen wir Hilfe ja ich komme was blödes ich bin nicht mehr so voll live oh die Zwing-Ulti war nicht schlecht oh ich 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 lauf hier irgendwie immer um die Büsche falsch rum rum ich schreib mal in den Chat good job war es einfach mal ein good job oh 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 ich sollte abhauen ich sollte so schnell wie möglich abhauen wo bist du denn ja ich lass mich von Vasallen töten und Türmchen das mach ich gern das ist mein Hobby was sagen die Stats wir sind gut okay dann ja hier ist ein ganz schöner Massenauflauf von ja da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein so im ganzen Weg wenn du klug bist läufst du hier wieder ich nein der aber er ist nicht klug terminiert er ist nicht klug ey scheiße ich finde das immer nicht Magi Resi wollte ich mir holen ah wieso ich kackt diesen Stunt ja ohne Witz das kann ja noch nie ich bräuchte ja ein wenig Lärin aber ich bin nein ich folge mich alle Junge ich brauche hier ein bisschen Hilfe ja ja ich komm schon muss nur länger durchhalten ja das sieht ja die alle hinterher laufen ok jetzt jetzt hat's aber kackt ah scheiße ich hab's nicht mehr getracht ja ulti gewesen gut oh oh ähm sieht das gut aus? die Jagd hat begonnen oh ja das sieht sogar gut aus legendary brauchst du weinen Ilias es ist alles gut wieso hab ich denn nie Mana? ohne Witz ich feiere das gar nicht ja ich bin unterwegs lass echt mal Baron machen ja ich komm dann gleich ich hab ah ich hab mir nur Blu geholt und keiner hat mich daran gehindert ist das schön ich brauche nur Mana so lala dann schauen wir mal zu denen vor ey wieso fangt sie an komm los Mist scheiße hey Leute ich muss ganz kurz mal was machen ich muss mich auf den Top aufbauen ähm Andi jetzt kommen erst mal Baron hier ja ganz ehrlich aber schau mal die Top ist sonst ist doch Top Tower down oh man aus dem Gericht am Farm das feiere ich ja und du kriegst den Baron buff trotzdem ja eben also was soll ich mich anstrengen nein ok ich bin unterwegs aber ich denke bis ich da bin habt ihr's nicht aufzuweinen siehste ja wohin gehen wir aber Ulti ist ready man hab ich jetzt hier das ganze getankt oder ja ich hab den meisten Schaden eingestellt wie sie alle weinen was sehr schön so läuft der Haus was muss der eigentlich weil was traut sich der was fett dem eigentlich ein ist die Party geht los aber das blöde ist die verrecken alle schon davor haha schon alle in Farmen bekommen oh 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 let's go that beast bleiben wir einfach ok Leute ey spinnt ihr weißt du wie krass wie stark die Türme sind vor allem mit der Ulti ja läuft bei der die laufen da rein verrecken alle an die wollen wir auf den die gehen hier komm zu mir wenn hier einer vorbeiläuft dann nehmen wir uns ihn äh die sind hier komm lass einfach rein stößen oh jetzt hab ich meinen Stun auf dem Doppeln auf dem Clean was ob das gut endet weiß ich nicht ja auf den italien italien forever ok let's go let's go dreifach Tötung Jess Peacecrazer hat eine dreifach Tötung und du hast eine Doppeltötung weil wir haben gleichzeitig kann es nicht dass wir gleichzeitig die Ulti ausgelöst haben ich hab bissl später holy jesus alter das war geil du eine Doppeltötung ich eine dreifach Tötung läuft bei uns auf jeden Fall was lass einfach enden oder sollen wir erstmal halt tower machen lass einfach beenden oder ich weiß nicht wollen wir hier den oder komm tanken wir den Anni sagt tanken wir ihn und lass ach ne ich bin's gar nicht lass mir jemand anderes tanken alle die sollen mal alle ihr heulen ausmachen der hat lebens also jetzt sind die aber gleich wieder alle drin dann gibt's halt noch bissl bei fight bevor wir hier alles haben jetzt sterben wir auch noch mal ne mit Baron doch sterf wir eigentlich nicht bis das grünt ja nicht ok lass doch mal alle back im komm ist doch egal ich hab nämlich genug Geld in mir was du kommt greift er mich an greift er mich an ne der ist froh dass du weg bist jetzt kann ich ihn mal ja auch heulich gerade oh man ja irgendwas heulich je du das ist so ein scheiß Geräusch hä was ist das man so probleme verkaufen 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 so ich glaube ich bin vollbild noch oder ich verhoff mir noch mal leben nein ich bin noch nicht vollbild leider ich bin vereinfacht wohl mit 0 blumen habe ich noch nie ausgebaut und ich hab noch ich bin noch nicht im gott mode nein ich auch nicht end this please ok dann schreiben wir doch einfach mal ok oder nö nö einfach mal nö 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 wie lange haben wir noch Baron bahf nicht mehr lange nö warte mal schnell machen ja 19 2 gar nicht so schlecht muss ich sagen du kommst halt mal näher und ich will liebe machen ich will liebe machen du bist ja auch ganz lieb Alter what the fuck ich will da nicht reingehen ich will da nicht so nein oh lol komm das gibt's einfach mal ein ice xd ich zeig dir mal was hier bisschen gefahr ist ich zeig dir mal was hier bisschen gefahr ist wir brauchen nur eine Attacke die irgendwie weiter weg also irgendeine Fernsechattacke so das geht ja hier nicht ja es ist normal wie viel Schaden Alter mit einer Attacke sind fast alle down gewesen ich bin lagge ne du hast ne doppeltötung nein lass den noch schsoll ach doch Alter Ich hab mich gerade geflasht noch wieder weg unklar hey ja leute das war's mit einer runde einer für alle mit der Mumu lief ganz gut würde ich sagen Ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao! Servus! Servus!